Gerade Personen mit Sehschwächen verwenden gerne Telefone mit wenigen zusätzlichen Sondertasten und Funktionen. Bei der Entwicklung vom Phone Easy 311 wurde genau darauf besonders viel Wert gelegt. Die Tasten des Telefons sind extra groß gehalten und einzeln voneinander abgetrennt. Dadurch können Sie alle Tasten ganz einfach erkennen und unterscheiden. Zusätzlich ist das Telefon sehr kontrastreich mit den Farben Schwarz und Weiß gestaltet, wodurch Sie alle Beschriftungen und Tasten noch besser wahrnehmen können. Bestellen Sie jetzt gleich online oder lassen Sie sich von uns beraten. In Ihrem Online-Shop.